Die ganzen Gerüste, die kommen aus der Welt, weil das so schlecht geht, die kommen nicht mehr. Die ganzen Räume sind in der Nähe von den Anderen, aber es ist auch eine Art Schraube. So, die wir in der Nähe von den Anderen haben, wenn wir in der Nähe von den Anderen haben, ist ein bisschen mehr zu verhalten. Jetzt, wenn ich wieder anfange, ist es Winter. Ich arbeite wieder auf Englisch. Das ist besser. Aber jetzt schaffe ich das nicht. Wenn ich zu Hause komme, habe ich keine Zeit, keine Lust. Ich kann dann noch 5 Minuten, weil man bekommt die Zeit auch nicht. Aber die Windzeit, da habe ich auch nicht. Da habe ich mehr Zeit. Wo ist der? Ist der? Hallo. Der Vulkan ist ausgebrochen. Gibt es einen Vulkan? Ja, aber das ist nicht so schwer. Seit Union hier. Da kommt etwas. Eiskirchen? Er wird als Vierer werden. Aber dann werden wir nie. Ja, das ist immer mehr. Eine Paprik ist das. Schön. Das ist nicht so schwer. Das ist nicht so schwer. Das ist nicht so schwer. Wir kommen ja voran aus der DDR. Wie ist das bekannt? Ja. Wir wollen ja durch die Widerfeinde und unser Leben ist das an. Übernachten. Ja. Wir wollen ja nicht mehr. Plötzlich. Ja. Ja. Unter Geld war nichts wert. Die Widerin übernachten. Ja. War ja. Plötzlich. Unter Geld. Ja. So ist das. Ja. Ich würde sagen. Das sind mal nach Berlin. Die Polizei. Ja. Ich habe hier Fragen. Ja. 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 Ich finde es so schön. Das ist so schön. Der neue Zentrum. Da gibt mir Leute, die möchten hier nach Berlin. Das war schön. Ja. Oder jeden hier. Ja. 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 Ich bin sehr schön. Ich bin so krank. Aber, ja. Aber, auch auf den Spring. Ja. Ja. Es war alles seit Winter. Da war so gief. Ja. Ich bin hier. Ich bin niemehr. Ich bin sehr schön. Ich war aber noch nie im Zimmer. Da haben wir an der Spree auch vorne angemacht. Das ist schon schön. Nach Berlin ziehen ja viele Künstler hoch. Es ist der Zett von der Kult geworden. Aber es ist schön hier zu fahren. Ich habe ja noch als Kind die ganzen Kult man hier mitgekommen. Ich habe ja in Berlin gewohnt. Wenn sie es eben hängen, ich habe ja noch nie einmal einen Kahn an Berlin vor. Aber heute als Kind habe ich alles mitgemacht. Oder wie die Runde freigegekommen sind. Hier wohnt man 20 Kilometer. In diesen Kulten gehe ich verschiedene Kulten schieben. Okay. Das ist so schön. Aber jetzt ist es richtig. Bei der Kulten hat mich noch nicht verschön. Ich hoffe, dass Sie zeigen, dass sie es ist so. Der ist toll. Das ist natürlich die Madonna. Das ist einmal von Raffo. Da waren einige Frauenkulten hier der Wunderschön. Auch wenn es nicht ist. Das ist ein Schöpfal. Vielen Dank.